Es geht nach Süd, der Express Regional, der Ex ist asozial, die Meute brüllt, die Bluetooth-Pack schiebt und normal, wir sagen Moin, mit Grill und Grillbestemk, Dosenbieren im Snack und dem 9-Euro-Ticket im Gepäck. Es geht nach Süd, Süd ist fällig, denn sie fürchten, dass Proleten ihre Insel überrennt. Es geht nach Süd, wann, wenn nicht jetzt, also verabredet und in die Bahn gesetzt. Der Schweiß am Fließen in Schrömen, denn wir wollen das Leben jetzt in Vollzügen, genießen gern mit Fahrkartenkontrollen, sind kurz vor, überschreiten von dem Nordriesen-Rubicon, das wird das deutsche Storm, Area 51. Es geht nach Süd, Süd ist fällig, denn sie fürchten, dass Proleten ihre Insel überrennt. Es geht nach Süd, wann, wenn nicht jetzt, also verabredet und in die Bahn gesetzt. Und dann auf Süd wird, wie es sich gehört, hart gefeiert, nicht zerstört und zu gemillt, nur ein paar Bonzen sind empört und voll am Start. Hochmotiviert und schaut nach einer Verbindung, wow, 10 Stunden Fahrt, 20 Umstiege, ja, schau doch nicht nach Süd. Süd ist fällig, denn sie fürchten, dass Proleten ihre Insel überrennt. Es geht nach Süd, wann, wenn nicht jetzt, also verabredet und in die Bahn gesetzt. Es geht nach Süd, Süd ist fällig, denn sie fürchten, dass Proleten ihre Insel überrennt. Es geht nach Süd, wann, wenn nicht jetzt, also verabredet und in die Bahn gesetzt. Es geht nach Süd. Es geht nach Süd.